herzlich willkommen zur meditation begegnung mit einem zukünftigen ich vielleicht möchtest du diese meditation mit einem nächsten aufenthalt in der natur verbinden die energie dort ist harmonisierend für körpergeist und seele suche dir einen ruhigen ort aus mache es dir bequem und schliesse deine augen atme ein paar mal tief ein und aus wenn gedanken kommen lasse sie vorbeiziehen wie wolken am himmel stelle dir vor wie deine beiden hirnhälften durch eine liegende acht verbunden sind lasse goldenes licht durch dieses kraftvolle harmonisierende symbol fliessen schaue dem goldenen strom nach der durch das unendlichkeitszeichen fliesst mache dich dann für die wunderbare begegnung mit einem zukünftigen ich bereit sehe und spüre wie du auf einem weg in einer schönen landschaft läuft sehe dich um nehme war es ist dein lebensweg in der ferne siehst du dein zukünftiges ich welches dir entgegenkommt es lebt dein vollstes potenzial und ist in seiner kraft es ist authentisch unabhängig glücklich und verwirklicht seine visionen schaue dir dein zukünftiges ich genau an wie wirkt es auf dich was strahlt es aus was fällt dir besonders auf nähert euch an bis ihr voreinander steht und euch die hände reich du bist mit einem zukünftigen ich verbunden stelle dir vor und spüre wie alle energie und alle informationen aus der zukunft zu deinem herzen fliessen empfange einfach dein zukünftiges ich führt dich durch dein leben vertraue ihm es lebt sein ganzes potenzial und kennt den weg es hat ein geschenk an dich frage es für was das geschenk steht und dann war es dich erinnern soll bitte um eine klare botschaft für dein leben eine vision vielleicht erhältst du auch weitere informationen was darfst du hinter dir lassen was darfst du entfalten und in die welt tragen bedanke dich bei deinem zukünftigen ich und verabschiede dich sehe ihm nach bis es in der ferne verschwindet du nimmst nun wieder die landschaft um dich herum und deinen weg war geh langsam zurück mit deinem geschenk und dem wissen dass alles bereits in dir ist mache ein paar tiefe atemzüge atme ein und aus komme zurück ins hier und jetzt spüre deinen körper wenn du bereit bist öffne deine augen und folge deinen impulsen vielleicht möchtest du dich recken und strecken gerne oder tanzen vielleicht möchtest du auch einfach noch in der stille verweilen und die meditation nachwirken lassen ich danke dir von herzen ich danke dir von herzen